Hallo und herzlich willkommen zum Kameratest des Doogee S97 Pro. Den Anfang machen die Videos und hier gerade im 4K Modus mit 30 Bildern pro Sekunde. Das ist die maximale Auflösung und Bildfrequenz. Vielen Dank. Und dann das Ganze noch einmal und diesmal mit Full HD Auflösung und abermals 30 Bildern pro Sekunde. Und dann noch die 16 Meter. Hier ist die Pixel Front Kamera und hier beträgt die maximale Video Auflösung Full HD und ebenfalls mit 30 Bildern pro Sekunde. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.